Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind uns alle. Ja, das ist voll. Wir sehen uns oben. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt! Und damit herzlich willkommen zurück. Zu Call of Duty Ghost. Alles klar. Bäm! Was für eine Scheißwaffe hier. Okay. Wir haben nur die jetzt. Okay. Gut. Dann gehen wir mal auf den kleinen Tauchgang. Flaschenbecken nach oben. Ja. Hier so. Gehen wir mal hier hin. Ich bin schon aus der Deckung hier. Ich bin schon aus der Deckung hier. Ja. Weg mit euch. Stopp. Auf. Auf. Oh, oh, oh! Vorrücken Sie zieht! Ich auch. Da sind noch überall welche. Ich glaube ich bin ein bisschen unvorsichtig. Mal wieder, wie immer. Aua. So. Kommt ja auch mal her welche. Irgendwas, dann kommt mal ein Ende. Ein Heli. Ah naja, Aua. Da ist der Heli. Wo ist der Heli? Da ist der Heli. Wir rücken mal ein bisschen vor. Kann ich auch. So, er ist mir nicht erst, bis zu Uli gefangen ist. Oh. Was ist hier? Aua. Bleibst du geduppt? Wir sind bereit, hier rüber. Okay. Die Banate war ein bisschen für umsonst. Benutzen sie den Kletterhaken, den Stegen, ja bla 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 bla. Hier. Oh. Oh. Na dann. Auf geht's. Schritt eins. Wui. Schritt zwei. Die Feuerregulierung überladen und das Ding in die Luft jagen. Bereit machen. Oben dann Feuer frei. Okay. Ich werd beschossen, Mama. So. Wow. Das ist kaum überraschend. Weg. Nichts. Das war schmerzhaft. Aua. Okay. Jetzt tut auf jeden Fall nichts mehr weh. Das ist auch ein bisschen stolz. Sonst mach die doch mal weg jetzt hier. Muss ich mir auch irgendwie mal abgewürdig in jeder Folge zwölf mal zu sterben. So. So. Ja, gut. So. 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 Jetzt reicht's mir. Sind wir beim. Guck mal hier rein. Guck mal hier hoch. Guck mal hier hoch. Komm. Einer haben wir noch. Und danach nur noch einer. Alles klar. Jetzt mal wieder die Waffe. Hab ich die? Okay, Zündung. Voll praktisch. Hey, Mann. Das war knapp. Das hat er mir auch voll einen mitgegeben. Nur dich angucken durch seinen Todesblick. Das ging schon mal schief. Das hab ich mir selbst geblendet. Oh, das geht doch schon wieder schief. Ich hab noch eine. Und eine hiervon. Okay. Ja, das war wirklich knapp. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter leben. Aufpassen. Was soll das werden? Schnauze! Okay. Schalt ab, Kleiner. Nein, nicht. Ihr jagt die hochvergeltige Luft. Stopp! Das ist Sinn der Sache. Ich sagte abschalten. Ach so. Ich soll abschalten. Wie immer. Was? Was? Ja, Mama. Oh. Ach so, hier. Ich bin unten, weiter unten geht nicht. Ist das eine ungünstige Position? Geh mal rein. Hier ist bestimmt sicher. Oh, 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 oh. Erstmal richtig hinsetzen hier. Kann man ja nicht spielen. Piep 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 piep. Ja, warum muss man so ein paar Läger? Was ist das? Wie ist das? Weil die alte ist kacke. So, weg. mit dem Dreck das geht doch wieder schief hier explodiert alles wir rennen hier mal so durch und dann irgendwann BÄÄM alle weg die Waffen? nö, die Waffen tun was ok ducken 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 ist natürlich klar wenn es brennt immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben ich will nix mit löschen der hat ne Waffe für mich da oben läuft noch jemand aber können wir übernehmen oh ich muss ja unten bleiben da war ja was ok genau schön auf uns aufpassen damit wir hier überleben die Granate hab ich mir wieder sparen können echt danke ich hab auch mal dran denken können das geht noch rumballern weißt du ich mach da einfach mal sollte mal zu dass ihr euch verpatzen weißt du ich biege gleich alles in die Luft und ihr doch mal ich muss noch kein Panagochi füttern weg 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 steht mir im Weg da war überhaupt keiner aber egal ich schiebe einfach mal demonstrativ dahin ohhhhhh der wäre echt sinn genug nicht also gut kommt da in die Luft einrichter da war es noch einer ok ähm Granate so so irgendwie schon mal weg jetzt snacken wir uns noch das zweite oh 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 ok das war klar ach ach ja ja mach ich auch wenn wir jetzt hier hinten nachgeladen haben Aua dann rücken wir mal einen Millimeter vor ja ja weiter hier oh hash flashback oh jetzt gibt es doch nicht Manu jetzt geht's mal das ist mal der Typ mit dem Raquetenwerfer ok jetzt mal jetzt mal der Typ mit dem Raquetenwerfer nach na geht doch Werden da natürlich auch geschlampt. Genau, Moral weg. Wenig finde ich das so. Okay, dann kann man die Situation ein bisschen ausnutzen. Genau. Jetzt mal ein bisschen neu ausstatten. So viel haben wir hier. Alles klar. Wo geht es jetzt lang? Nach oben. Ja. Okay. Ich kann auch nicht mit dem Wasser drucken. Weg damit. Ach du Scheiße. Ja. Gründer Bereich. Logan, so halten. Okay, also los. Halt uns auf dem hohen Bereich. Schau uns nicht lange. Und wir hätten hier. Weiter los. Warte. Ja. Habe ich doch fast. Habe ich doch fast. Habe ich doch fast gemacht, Mann. Lauf schneller. Alter, wie lange braucht ihr denn noch zum Treppensteigen? Wiegt's ja nicht. Mal auf die Hütte hier. Los. Ja, ich bin die Leiche. Ja, ich bin die Leiche. Ja, Mama. Weg damit. Okay. Halt den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Gut. Okay. Also los. Halt uns auf dem hohen Bereich. Schau uns nicht lange. Oh. 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 Alles klar. Check. So. Oh. Was Oh. 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 Oh ja, das muss man wirklich. Oh, das war knapp, aber haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Wacken aus. Wacken aus. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verrundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie, nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiterer Chef auf den Friedhof. Machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein zu Call of Duty Ghosts. Bei FernsehLP. Also haut rein. See ya.